Hallo, ich bin's wieder. Und zwar gehe ich gleich zum Geburtstag meiner kleinen Großnichte. Die wird heute 5 und ich habe das perfekte Geschenk. Eine Gitarre. Die Kinder sollen ja kreativ sein. Und die ist mega süß und natürlich in pink. Meine Kinder würden jetzt wieder schumpfen, meine Mädchen. Also die sind schon groß, 25 und 26 und die hassen das, wenn meine Kinder so einhält in rosa und blau. Aber ich weiß, dass sie pink liebt und rosa. Ich auch, wie man sieht. So und ich gucke mal, ob ich noch spielen kann. Ich hatte mal vor 100 Jahren Gitarrenunterricht. Wer kennt das noch? Jubelt. Komm mal her. Mach mal direkt. Hast du gehört? Das war falsch. Fräuchen kann das nicht mehr. Okay. Ist das fein? Ist das fein? Leopold findet das schön. vom Hänsel und der Gretel. Jetzt spiele ich noch was ganz Tolles. Die ist richtig gestimmt. Ich spiele einfach nur falsch. Das ist nicht fein, nein. Das ist nicht fein, nein. Du brauchst noch viel üben. Das ist nicht fein, nein. Ich lasse es lieber. Steht mir gut, oder? So als Straßenmusikant. Na ja, okay. Verdienen würde ich da nichts. Ich würde eher des Platzes verwiesen werden. Ich freue mich jetzt auf Kaffee und Kuchen. Tschüss. Und hier, meine Löckchen. Da bin ich immer noch sehr, sehr glücklich mit. Es ist ja auch erst der sechste Tag. Bye, bye.